hallo ihr lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von silent hill 3 mit mir und der lieben vampy jo ich bin auch noch dabei hallo und wir gehen in den keller juhu was will ich eigentlich da ich muss die tür öffnen ich wollte jetzt auf den knopf drücken so nach dem motto den fahrstuhl anfordern oje das spiel macht mich verrückt so was ist denn das b1 ich habe so rein gar keine lust weil ich jetzt weiß dass bald ein endkampf bevorsteht also ein boss kampf der kampf ist aber nicht im keller aber der keller ist trotzdem gruselig ach Gott hier kommt erstmal ein rätsel nicht wahr das sieht so rätselhaft aus ach das kommt jetzt ja ach Mensch ich werde uns erstmal kurz einen überblick verschaffen von dem raum so hier sind leichenbaren mit zahlen das habe ich schon mal gesehen sieben drei sie sagt aber gar nichts dazu hier ist eins wenn ich mich nicht täuschen was ist das hier das ist leer du musstet die zahlen wo leichen drauf liegen merken am besten schreibst du dir das die mal auf okay wie soll man okay also so sehe ich es besser gott so viele zettel ich schreibe jetzt hier einfach irgendwo mal rauf so ach da hinten war sieben drei und am rand war die eins genau und die ohne die ohne die sind egal die sind egal da sind vier neun fünf okay da ist was da musst du nämlich 1 da musst du nämlich einen zahlen code eingeben und dafür sind diese zahlen halt wichtig okay okay die anderen sind alle leer und hier müssen wahrscheinlich hin ich weiß halt nur leider nicht in welcher reihenfolge aber vielleicht war die auch schon richtig in der du das aufgeschrieben hast ach so 1 2 4 3 4 3 das gibt ja auch schluss darüber in welcher kombination glaube ich die zahlen richtig sind für den code also das erste müsste dann glaube ich die sieben seien dann die acht dann die einzelnen oder ach so nee moment also die drei ist die acht ich glaube so rum wenn ich das drehe moment war man 342 und 1 ok da ist das schloss okay also wenn ich das jetzt richtig geschnallt habe dann müsste hier die eins die zwei wäre die drei die drei wäre dann die acht und die vierte wäre dann die sieben sieben offen ja so war das leicht sehr schön so schnell kann es gehen so schnell ganz gehen sehr gut zusammen ist man klüger hier oder liegt ein eingeäschter schlüssel okay und sonst nichts außer asche und das war es dann in diesem raum ich habe an dem rätsel damals irgendwie extrem lange gehangen ich weiß gar nicht jetzt mehr warum man weiß wie klingt es ist total leicht so wieso haben wir jetzt einen schlüssel für was für einen raum bitte weiß ich nicht aber wir können auch jeden fall auch mal das dach kontrollieren ob wir da hinkommen okay aber naja mit dem fahrstuhl ja nicht ne aber von der dritten etage aus sollten wir vielleicht da gehen die dritte etage nach oben wieder fahren obwohl das dritte haus war ja zu oder oder ich weiß nicht waren wir im dritten oder war ich im ersten wo ich in der geguckt habe ich weiß es auch nicht mehr so genau mal nachgucken so schauen wir doch mal normal nach das ist gekriekelt beim dingens kriegelt was bei naja außer hinten da ist offen hier gibt es in den häuser oder ach so da ist ja aber ob wir da aufs dach kommen ist eine andere frage also hier ist auf jeden fall zu genau aber irgendwo müssen wir ja jetzt hin hier sieht es so extrem schlimm aus ich erinnere mich an eine tür die verschlossen war er hat doch in irgendeinem stockwerk hatten wir eine tür die wir angequatscht hatten und er hat sie doch gesagt sie ist verschlossen oje ich weiß aber nicht mehr wo gucken auf der karte scroll mal nach unten unten meinst du was im ersten ja da ganz beim dame room da die ist rot also müssen wir doch in den ersten aufs dach also wenn ich dich jetzt nicht dabei gehabt hätte doch ich jetzt hier wieder hoch und jetzt bin ich einmal kamera verdreht und ich bin verwirrt ok ja ich hätte jetzt wieder ewig gesucht wo ich überhaupt hin muss ja wie gut dass ich dabei bin ja wieder in der richtigen stelle ok dann in den ersten zurück ich freue mich auch sehr dass du mich so oft dabei haben willst ja ich finde das schön das macht mir so gut ich glaube ich wäre sonst nicht so schnell vorangekommen jetzt hier ich meine so viele parts habe ich noch gar nicht hinter dir so schlecht in karten lesen doch ok hier ja ja ein geschütter schlüssel haha weiß gar nicht warum ich mich eigentlich freue weil du weißt wie es weitergeht monster auf jeden fall deine schwester schon wieder mit dem stahlrohr jetzt habe ich es aber eher kapischt hier ok reicht euch reicht so nochmal nachgetreten Mensch lass mich durch jetzt komm ich durch kannst du auch ein bisschen vor dir herschieben oh da liegt was aber ach so da waren wir ach so jetzt verstehe ich ja kling 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 oh ne und was trinken waffe oh oh ok vorbereitet kreisert aah man verdammte stoße weg schick ach ich habe das beautifully ja verdammte akk ich habe nicht gespeichert gehen wir ins menü schnell Das ist so gemein. Heile dich. Ich komme mir nicht klar. Ich habe leider noch Gas. Ja, nimm. Mach nix. Ich hätte sich nachher noch ausgerüstet. Ja, hast du. Es ist keine Munition mehr anscheinend. Ich komme hier schnell weg. Ich kann jetzt einfach mal irgendwo hin. Ja. Hier links müsstest du reinkommen. Ach, sehr gut. Ich muss jetzt einfach mal speichern. Ja, das ist jetzt... Boah, das waren ein bisschen zu viele. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, und da steht was. Ich habe diese Zeichnung auf dem Trennwenn im Krankenhaus gesehen. Aber das ist anders, als wäre es vor längerer Zeit gezeichnet worden. Irgendwie. Irgendwie. Oh nein, oh nein, jetzt spackt das wieder rum. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist so ätzend. Ich weiß nicht warum. Ab und zu spackt das dann da rum. Hier ist der Ort, von dem ich dir erzählt habe. Ach, hier müssen wir also was opfern. Okay, sollen wir das jetzt gleich tun? Ne, da lesen wir erstmal noch was, ne? Soll ich oder willst du? Ja, du. Also der Titel lautet Verlorene Erinnerung. Wie ganz selbstverständlich. Ja, du, ne? Was fragst du auch? Ja, genau. Okay. Okay. Ein Charakteristikum, nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituelle Opfer. Mhm. Bringe Gebete da und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl, Gott. Tränke den Altar mit dem Blut, das Rot aus dem Herzen spritzt, Gott zu preisen und Treue zu bekunden. Oh weh. In welcher Zeit unterleben die noch? Ja, das ist schlimm. Ja, in einem anderen Opferritus im gleichen Buch beschrieben wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Oh Gott. Die haben ein Ding an der Klatsche. Definitiv. Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Mhm. Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhauf vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Ja. Was für ein Text? Ja. Oh Mann. Gut, dann müssen wir das jetzt wohl machen, ne? Mhm. Ich will immer weniger. Okay. So. Gegenstände? Ja. Gegenstände. Nein, das war verkehrt. Das verwenden. Bezaubernd. Mhm. Wenn ich jetzt extrem meinem Namen entsprechen wollen würde, könnte ich sagen, da kriege ich ja Hunger, aber ich lasse es lieber. Hm? Eine Leiter. Mhm. Eine Leiter in die Dunkelheit. Ach, jetzt kommen wir auch gar nicht mehr zurück, ne? Jetzt müssen wir da runter. Ja. Muhaha. Ja. Gut. Möchtest du nochmal speichern? Ja, ich hab grad überlegt, ich hätte jetzt erst speichern sollen. So. Es wird bestimmt wieder rum. Spacken. Wollen wir erstmal warten, dass es ein bisschen weiter nach unten ist. So. Damit ich nicht Schlimmes überspeichere. Äh. Mann. Dieses Spiel. Okay. Oh Gott, ich will nicht. Hm. Ist jetzt der Zeitpunkt? Ach, ne. Wir gehen erstmal nach unten. Ich werd schon so schnell. Ich bin ja Beizeiter. Genau. Hm. Ich mag keine Kämpfe. Alles gut. Ich werd bestimmt wieder ein paar Mal drauf gehen. Hm. Heather? Ja? Leonard, wo bist du? Ich lieb. Ich kann jetzt endlich hier rauskommen. Jetzt Claudia's wunderschöne sind. Ich glaube es sind Zeit, zu verablieren. Sie sind eine Reaktivung der Welt. Entschuldigung der Welt. Ich weiß gar nicht. Aber auch den Unterlieben. Was du spreierst? Über unseren Planen, natürlich. Es ist wahr, dass Gott ein Gott ist, aber zuerst, ein muss sich entschieden werden. Nur wir, die Haken zu der Sprache von Gott, werden wir die Schlüssel für den Paradies gegeben werden. Nicht so, Herr? Ja, sicher. Gehen Sie, was du möchtest. Was bedeutet das? Ich meine, dass ich nicht so denken, wie ihr euch machen. Ich will keine Teil dieser Art des Paradies. Du bist ein Verbrecher. Du hast mich verletzt. Ich habe nicht verletzt. Wir waren beide falsch über uns. Ich dachte, du war ein normaler Mensch. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mir geöffnet. zu sein. Das Einzige, was du von mir bekommst, ist eine schrecklich Tod. Ja. Das ist ja gut. So, Milu. Ich habe mich voll erschrocken, als der kam. So, was machen wir denn? Was rüsten wir denn aus? Also ich würde sagen, für ihn wieder auch die Schutzweste. Und auch die Schrotflente. Also wie bei dem Typ hier auf dem Dach. Und Leonard, der macht doch eigentlich keine schlimme Attacke oder sowas. Muss immer nur halt ein bisschen Abstand wirklich halten und dann wird alles gut. Okay. Ist das derselbe Typ, den wir da in diesem Dings als Mensch getroffen haben? Dieser Leonard? Wir haben doch irgendeinen getroffen. Wir sind Leonard nie begegnet vorher. Nee, aber irgendeinen Typen haben wir doch gesehen. War das nicht der Leonard? Wir haben doch nur mit ihm telefoniert einmal. Okay. Gut, dann verwechsle ich das. Gut, dann leuchten Blauortze. Nee, ich will nicht. Was haben wir denn da eigentlich noch? Eine Maschinenpistole? Oh, keine Munition anscheinend dafür. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Ich kann ihn nur treffen, wenn er steht. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, aber... Ja. Er ist auch. Er kann ja auch nicht rennen. Doch, du kannst rennen, aber halt nicht ganz so schnell wie sonst wegen der Weste. Oh, scheiße. Ach. Ah, der läuft doch da. Oh, wo ist er? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist nicht heiß. Da. Jetzt weiß ich nicht, wann sie ihn analysiert. Das Gute ist ja, dass sie immer so ein bisschen dahin guckt, wo er ist. Da, kommt er. Oh nein, jetzt liegt sie auch noch nach. Oh, nee. Das Gute ist ja, dass er nach jedem Fluss erst mal umhält. Wow. So, jetzt geht's nicht. Hm, der Gute. Was ist er? Ja, jetzt lauft er nicht da hin, wo er ist. Ja, echt? Ich wollte auch schon gerade sagen, lauft er nicht irgendwie in die Karte. Sonst musst du dich auch nicht die ganze Zeit bewegen. Du musst halt gucken, wo er ist, dass du ihm nicht in die Arme läufst. Das ist alles. Ich meine, stehen bleiben zwischendurch, das ist auch okay. Was? Ja. Okay. Lädt wieder nach. Nein, es war noch da. Ah! Gott, meine Finger machen, was sie wollen. Das war zu weit weg. Ich erinnere mich daran, dass die Musik hier ziemlich creepy war beim Kampf, aber auch irgendwie cool. Ja. Ich bin angestrengt. Ich bin so schon so angespannt. Die Musik macht es nicht besser. Kannst du eben gucken, ob du nachladen musst, dann kannst du es manuell machen oder so. Ja. Hey, das sieht gut aus. Ist das jetzt tot? Weiß ich nicht. Ich lade schon wieder nach. Ah, jetzt. Ah, Mensch. Okay, puh. So schwer war er nicht, zum Glück. Leonard ist ein ziemlich einfacher Gegner. Ja. Also da war der auf dem Dach anspruchsvoller. Ja, das stimmt. Okay, jetzt kommt erstmal wieder eine Szene. Und die Welt sieht doch schon wieder auch sehr viel besser aus. Ja, viel angenehmer. Was ist das? Das ist das Siegel. Hm. Ein Talisman haben wir. Und ich werde zuerst als... Allererstes gleich mal speichern. Besser ist das. Obwohl, das kannst du ja auch im Anfangsraum des Krankenhauses nochmal sonst machen. Okay. Ich mach erstmal hier. Ob ich jetzt irgendwas überspeichert? Ich hoffe nicht. Egal. So. Kannst du mal nach deiner Energie eben... Das ist eine gute Idee. Und vielleicht die Weste wieder ablegen, ne? Oh ja. Genau. Dann nehmen wir doch mal was. Hä? Nein. Und deswegen das Benut wieder weg. Mal ganz kurz gucken. Vier Ampullen. Mann, ich hätte mal gern wieder was anderes. Langsam wird es hier eng. Okay, Waffen. Nimm mal erstmal wieder die Pistole. Nee. Wir haben nicht mehr genug Muni, oder was? Scheint. Gott, dann nehmen wir mal lieber jetzt das Schwert. Das Katana. Und die Weste ablegen. Ablegen, genau. Die war oben, ne? Genau. Ablegen. So, in dem Raum ist, glaube ich, nichts mehr von Bedeutung. Es ist ja auch wirklich lustig, dass ich bisher bei jedem Bosskampf dabei war. Ja, gestern. Ja, gestern. Das stimmt. Echt cool. Immer perfekt abgepasst. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier... Ach, wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause, ihr Lieben. Ich sage mal, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, auch für mich ein Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt hier Spaß mit den Folgen, auch mit uns gemeinsam. Und hasst mich nicht. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschaui. Tschüss.